Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich bei einem Rasentrimmer hier vorne den Faden richtig wechseln und vor allem auch diese Spule wieder richtig aufwickeln kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei mir kommt bei meiner Motorsense hier vorne einfach kein Faden mehr nach, weswegen ich diesen jetzt nachfüllen muss. Und die Anleitung gilt übrigens für fast jeden Hersteller, da es immer relativ ähnlich aufgebaut ist. Zuerst mal muss ich meinen Kopf bzw. meine Abdeckung hier oben entfernen. Denn je nach Modell muss ich entweder mal etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen oder wie bei mir hier jetzt mal mit zwei Fingern hier außen, nämlich bei solchen zwei Knöpfen leichter reindrücken. Und dann kann ich das Ganze auch schon nach oben hin einfach abziehen. Darunter kommt jetzt meine fast leere Spule zum Vorschein und diese kann ich auch ganz leicht nach oben einfach einmal rausziehen. Jetzt kann ich mal den alten Faden von meiner Spule hier noch rausnehmen und hier lässt sich jetzt auch schön erkennen, was für ein System verwendet worden ist. In meinem Fall brauche ich jetzt nämlich diese eine Schlaufe hier und die gebe ich, wo ich ja gerade eben schon bei meinem neuen Faden gemacht habe, genau hier in die Mitte in diese kleine Nut hinein. Und dann kann ich das Ganze auch schon entsprechend aufwickeln, dass einmal hier oben ein Teil vom Faden ist und hier unten der andere Teil. Wichtig ist noch, man sollte unbedingt einmal hier vorne noch draufstehen, in welche Richtung dieser Pfeil zeigt. Denn in die Richtung muss ich das Ganze dann auch aufwickeln. Nun muss ich mal noch ungefähr 8 Meter von meinem neuen Faden hier abschneiden, um nicht extra einen Meterstab immer hernehmen zu müssen. Einfach mal das eine Ende hier packen, schön straff ziehen und dann bei mir auf jeden Fall, genau hier bei meiner anderen Schulter, sind das jetzt ungefähr 1 Meter. Und das kann ich jetzt genau 8 Mal machen. Danach meine Schnur mit einer einfachen Schere bzw. einem Seitenschneider hier einmal abschneiden. Nun halte ich beide Enden hier zwischen meinen Fingern in der einen Hand. Ich kann das Ganze jetzt so lange hier langziehen, bis ich meine Schnur halbiert habe und somit in der anderen Hand auch noch diese Schlaufe hier halte. Ein weiteres sehr bekanntes System wird zum Beispiel von der Firma Stihl verwendet. Hier muss ich meinen Faden dann nochmal in der Hälfte halbieren, also mit einer Schere auseinanderschneiden. Und dann habe ich hier in meiner Spule mal hier oben ein Loch und hier unten ein Loch drinnen. Das sind die sogenannten Haltesicherungen. Bedeutet, ich muss jetzt den oberen Faden einmal in das Loch hineingeben, den unteren Faden in das untere Loch. Und dann sollte das Ganze auch schon von alleine halten. Anschließend natürlich wieder darauf achten, in welche Richtung ich es aufwickeln muss. Und dann wie bei System Nummer 1 das Ganze einmal schön hier aufwickeln. Da ich aber das System 1 habe, nehme ich jetzt mal meine Schlaufe hier, gebe diese schön in die Mitte hier hinein. Und dann wickele ich jetzt einfach mal den Faden schön straff auf meine Spule hier auf, bis dieser fast ganz weg ist. Ich habe jetzt ca. 20 cm von meinem Faden hier noch übrig gelassen. Und jetzt halt das Ganze mal noch schön straff halten und den oberen Faden einmal durch diese Halterung noch durchgeben. Das hat jetzt den Sinn, dass ich den oberen Faden schon loslassen kann, ohne dass er sich wieder selber von der Spule abwickelt. Dasselbe Spiel kann ich übrigens mit dem unteren Faden auch machen. Ich gehe also nochmal eine halbe Umdrehung weiter und gebe diesen ebenfalls hier oben durch meine zweite Haltesicherung durch. Und schon kann ich nämlich diese Fäden loslassen. Als nächstes gehe ich mit meiner Spule wieder zu meinem Rasentrimmer hin. Und dann muss ich mal die eine Seite von meiner Schnur durch die erste Öffnung hier hindurchgeben. Kann auch schon etwas nachziehen. Und dann auch noch diese zweite Hälfte von meiner Schnur durch die andere Öffnung durchgeben. Und schon kann ich jetzt nämlich diese Spule hier einfach schon einmal aufsetzen. Nun darf ich nicht vergessen, dass hier noch meine Schnur in der Haltesicherung drin ist. Deswegen einfach mal mit dem Finger hier das Ganze etwas nach unten runter drücken. Das soll es auch schon gewesen sein. Jawohl. Dann natürlich noch leicht anziehen. Und ich kann auch schon meine entsprechende Abdeckung hier wieder richtig aufsetzen, dass sie auch schön einrastet. Wenn unsere Schnur jetzt zu lang ist, dann entweder noch mit einem Seitenschneider hier bis zum Messer das Ganze manuell jetzt kürzen. Oder wir machen unseren Rasentrimmer natürlich einfach an und dann kürzt das Messer auch automatisch schon meine Schnur. Und somit haben wir auch schon den Faden bei unserer Rasentrimmerspule hier richtig aufgewickelt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens solche Ersatzfäden hier egal in welcher Stärke oder auch gleich einen neuen Rasentrimmer mit den entsprechenden Ersatzspulen zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in den Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.